Martin, jetzt wollte ich aufpassen, weil ich als nächstes sage. Jetzt hast du mich sauer gemacht. Ich habe so Angst vor dir, Julian. Weißt du das? Hätte ich auch. Ich opfere dich. Lowface. Sind alle doof. Oh, bei mir leckt gerade übel. Bei mir auch. Wenn ich einen Block abbaue, kommt der mal ganz kurz wieder her. Bei mir auch. Oh, Martin, was ist denn los mit dir auch schon wieder? Ja, also ihr müsst wissen, dass leckt manche bei uns zwei. Martin ist nicht geschissen kriegt, deine Pferdepornos vor den Aufnahmen runterzuhören. Alter, Mann, Julian. Du weißt schon, dass es Leute gibt, die sowas glauben. Und ich weiß auch, dass es, dass es wirklich stimmt, was ich gesagt habe, deswegen. Ja. Könnt ihr mir das ruhig glauben? Das stimmt auf jeden Fall. Glaubt, Julian, glaubt ihm. Ja, glaubt ihm. Können wir dann irgendwie, wir wollten noch hier so eine Außentreppe nach oben setzen. Ja, warte, es gibt dir gleich mal einen Stein. Was für eine Außentreppe? Warum? Die Plattform hat das Holz gemacht. Ah, das war jetzt so eine Ellipse, aber das muss ja auch nur seinen Zweck erfüllen. Oh, das war gerade übel. Martina legt ja bei dir auch. Ja, lecker. Dann lass mal dein, da hat man die schnell, die 100 Megabyte schneller runter. Jetzt geht er wieder, nee, jetzt nicht mehr. So, mal gucken, wie das aussieht, wenn man Blöcke setzt, Blöcke setzt und tut er noch mal. Ja, ich habe ja auch gerade nur Blöcke gesetzt und jetzt, wo ich mal drei Blöcke abbauen muss, dann habe ich es gemerkt, dass es lecker ist. Boah, ich hoffe, ich habe genug Souls-Send. Was ist das? Oh, nee, ich glaube, ich habe nicht genug Souls-Send. Ich muss gleich nochmal ein Never. Ich werde euch so schnell so nah daneben. Du kannst dann ja mal auf meine Etage kommen und dir das angucken, wie ich mir das gedacht habe. Ich komme auf dein, auf dein Niveau hoch. Runter meinst du, ja. Ja, irgendwie passt das nicht zu dir, dass du oben wohnst, deinem Niveau. So. Ja, du hast das niedrigste Niveau von uns allen. Boah, willst du das wissen? Intuition. Weibliche Intuition. Ja. Ja, so sieht es aus. Weiblichkeit steckt in jedem. Ich habe gleich zwei Taschen tiefer, dann gebe ich dir weibliche Intuition. Intuition. Aber gerne doch. Sehr schön. Und vor allem, wann kommst du? Ich bin gerade auf Rückweg. Ich sehe es die Leiter und das dauert noch eine Weile, bis ich bin der Leiter oben bin. Das dauert echt Ewigkeit. Den dir hast du geflogen, eigentlich? Ich habe gar keinen einzigen. Ja, meine Liebe. Ich habe aber, ich habe aber 26 Eisen und das reicht immer noch nicht für, für einen fucking Amboss. Ich will sie jetzt mit dem Amboss. Eine Plattform sieht aus wie ein Football. Naja, erstmal baue ich jetzt die Hühnerfarm. Nachdem ich bei Martin vorbeigeschaut habe. Aber wieso brauchst du dafür Eisen? Boah, Vertrechter. Und dann noch für einen Dropper, äh, ein, ja, bei seiner Baumform, nur scheiß normale Bäume. Ich weiß, weil irgendjemand meinte mir meine Tropensetzung abzusetzen, ich gebe dir nicht zurück, wenn du mich töten willst. Ich will dich doch gar nicht töten. Doch du hast gesagt, ja, ich werde dich heute töten. Flo hat gesagt, ich soll dich töten. Ja, du hast gesagt, ja, das mache ich auch. Mal gucken, habe ich gesagt. Ja, das ist bei dir, ja. Ja, jedenfalls, äh, was ich sagen wollte, ist, genau, ich habe keine Tropensetzlinge mehr, weil jemand meinte, auf meinem Dach Tropenbäume, oder er gesagt, es war noch nicht mal das Dach, jedenfalls Tropenbäume als Troll setzen zu müssen. Ich habe vielleicht noch welche. Ja, du hast meine genommen, um mich zu trollen. Double Troll. Und ich habe keinen einzigen verkackten Limeball bekommen. Magma-Style. Ja, die sind ja auch scheiße selten. Die weiß, wie ist es, hätten wir einen drucken können. Boah, ich möchte Karotten haben, Melonen sind so scheiße. Übrigens, ich setze hier noch zwei Truhen, die können wir bevor ich never geht, dann auch immer noch schnell, ähm, eure wichtiges, auch wertvolles Zeug ablegen. Kartoffeln fände ich ja auch noch okay, aber bitte keine Melonen weiterhin. Kartoffeln sind üblich geil. Ja, gebacken ist echt cool. Ja, da kriegst du noch ein Level. Scheiße, so Martin, was wolltest du mir zeigen? Ja, komm mal zu mir. Runter. Ich töte dich jetzt. Nein. Wo bist du? Hier. Da. Links. Siehst du meinen Namen nicht? Bist du behindert? Da lang. Alter, ich höre mich doppelt. Ich höre mich auch doppelt. Ach, Julian. Könnt euch bei mir nicht doppelt haben. Das ist mein Feuer. Nein, nein, ich habe mein Headset offen. So. Ich auch. Und hier ist auch so eine geile Wand, da könnten wir halt so einen Weg nach oben bauen. Dann warte dann halt deine Etage anfangen, da drüber Julian seine. Ey. Alter, es war so klar, dass du das machst. Das die Trüben wollen. Martin, gestorben. Ja, Martin ist gestorben. Die brauchen aber Licht zum Wachsen. Oh. Ja, mir scheißegal, ich habe die einfach nur angeplatzt. Nee, Spaß, machen wir wieder Nacht. Cheater. Alter. Ich kann auch Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Ich würde dir jetzt die Rechte wegnehmen, wenn du nicht der Besitzer des Server warst. Wer hat das Wasser weggemacht? Ich hätte Falte dahin gesetzt. Mann. Warte, ich musste wegwarten. Oh. Du, Manko. Bist du ganz unten? Übrigens, bei einem von euch fehlt in der Etage Holz. Stimmt, bei mir, Martin. Ja, bei dir. Martin, warum? Nein, nein. Warum, Martin? Erläutere mir dies. Erörtern, wie diese Aussage. Daran habe ich jetzt auch gerade gedacht. Das wird jetzt ein bestimmter Lehrer andauernd wieder sagen. Erörtern. Oh, Erörtern ist das, was ich am besten hatte, Alter. Erörtern. Das ist so hässlich, Alter. Interpretieren von Gedichten ist noch schlimmer. Und es kommt bald. Gedichten ist eh so ein Scheißdreck. Interpretieren. Du kannst da rein nichts interpretieren. Wenn ein Junge über eine grüne Wiese Leute sich dort hinsetzt, dann kannst du nicht da rein interpretieren, dass er seelische Frucht braucht oder so ein Scheiß. Martin. Das Grün für die Ruhe steht und die Kraft und keine Ahnung, keine Ahnung. Das war zwar alles falsch, aber... Martin, hör lieber auf, irgendwas zu sagen. Ich nehme mal meine drei Spender wieder, Martin. Kannst du haben. Oder Spender. Samen oder was? Und, wo ist mein Redstone-Zeug, was du noch hast? Äh, guck mal bei Sonstiges. Weil es dient zum Allgemeinwohl. Das Redstone in sich stört mich ja noch nicht mal, aber mich stört die Repeater und mich stört. Ja, guck doch einfach bei Sonstiges. Ich hab's schon, ich hab's schon. Schon gut, schon, gut. Ja, mit Pinzette und Lupe gefunden, ich weiß. Redest du von deinem Kock? Ich rede von deinem. Oh, verletten sie, das war geil, oder? Alter. Boah, Alter. Du musst ja das Niveau so senken. Sag mal, die beschwerte ich jetzt nicht nur das Niveau. Das Niveau ist schon im Keller. Und das wird nichts mehr dran ändern heute. Ey, wart ihr schon mal unten und habt euch noch mal die Häuser angeguckt. Wart ihr schon nochmal unten und habt euch diese geilen Plattformen angeguckt? Nein. Nein. Solltet ihr das mal machen? Irgendwie bin ich der Einzige, der hat ja schon ein paar Plattformen. Na gut, vielleicht hat es eine Essensform gebaut. Ich hab's nicht nötig Plattformen zu bauen. Und ich baue ich sie wieder fahren. Wann machst du mal deine Kuppel weiter? Ich? Ja. Das dauert eine Weile, ich brauch Sand und ich möchte nicht alleine Sandformen gehen. Das ist so langweilig. Ich komm nicht mit der Sandform. Ich hab erstmal genug Glas. Komm nur wie Sandform wegen Glas für trinken. Ja, für, ja, für trinken. Ja, dann, so viel Sand hab ich ja schon. Ja, ich halt nicht, ne? Ja, wenn nicht, hab ich noch was. Ja, wenn nicht, kann ich ja was geben. Ja, aber das kommt doof rüber, wenn du mir den Sand gibst, den ich für Unsichtbarkeitstränke brauche. Oder er gesagt, für die Fläschchen. Dann würdest du deine eigene... Ja, noch können ja eh keine Unsichtbarkeitstränke bekommen. Oh, Martin sagt das mal lieber nicht. Ja, sag mir bitte, wie du jetzt schon Unsichtbarkeitstränke bekommen kannst. Ja, ich mach einen Nachtsichttrank mit einer goldenen Karotte. Boah, bist du blöd, du hast... Wir haben noch keine Karotten. Darauf will ich hinaus. Fuck, stimmt. Boah, wie inkombinant muss man denn sein? Ich will die ganze Zeit darauf hinauslassen, dass... Dass du feststellst, dass wir noch keine Karotten haben. Erzähl dir mir erstmal das Rezept drauf. Alter Fleuern, bitte. Boah, bitte. Martin wird uns gleich töten. Die Zuschauer werden uns gleich töten. Die Zuschauer werden uns lieben, wenn wir so weiter machen. Ja, sie lieben uns. Eure undefinierbar ekelhaften Geräusche, ja. Meine Frage, hat mal jemand einen Bogen? Nein. Nein. Oder zumindest drei Fäden? Nein. Nein. Auch wenn du es mal einen Spender machen willst. Nein. Forme sie dir selbst. Ich würde 13 Tropenbaumsetzlinge dafür anbieten. Nee, ich hab doch... Ja, richtig gehört. 13. Ja, ich würde es ja machen, aber... Ich hab halt wirklich nichts. Schadener Mord. Alter, der hat mich hier runtergeschlagen. Ich bin gerade bei Julian oben. Ein Skelett von... Keine Ahnung, wo schießt mich an. Ja, Jonska, ich würde die Schuld geben, wollte der Mongo. Ja. Äh, ich hab... Julian, du hast einen Faden, krieg ich den ein? Darf ich ja nichts dafür, oder? Du kriegst dann 13 durch drei Tropensetzlinge. Ja, stimmt. Da bekomme ich halt die Tropensetzlinge, hab ich gehört. Aber nur ein Drittel. Im 13 durch drei ist vier. Ein Drittel. Also vier. Ja, Martin, du stinkst. Bäh, wirklich. Musst du unbedingt mal einen Bart einrichten, Digga. Ein Bart? Ein Bart. Ein Bart. Ja, richte mit dem einen Bart ein, Martin. Lol, Julian, deine Bude brennt. Labor oder nicht. Geh zum Wasserfahrstuhl. Er hat Fire-Tick aus, Jürgen, brauchst du keine Angst haben. Was ist deine drin auch? Was ist deine drin auch? Jörg, ich hab's dir. Mann, ihr habt wirklich keine Fäden, ne? Ja, das hab ich doch gesagt. Sonst hätte ich dir links die schon gegeben. Dir willst man, nee. Du bist so immer so böse zu mir. Ach. Ja, echt. Martin, zumal ein Trolllaune die ganze Zeit. So sieht das aus, wie ein, das ist richtig erfasst. Na, du bist... Trolllaune, 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 Trolllaune. Ich hab 12 schon. So gut, kannst du oben gerne anfflanzen. Oder du brauchst bei deiner Bauform, da kann ich ja eigentlich... Du hast den gemacht, du machst Tropen-Setzlinge. Und dann stell dir dich mal vor, ähm, Fire-Tick wäre jetzt auch true. Ja, dann würde die komplette Bude aber auch brennen. Die würde so alles, Alter, würde alles abfackeln aus der Glas. Weil ich hab ja euch jetzt überall Feuer gesetzt, meine Bude. Also, fleuchern, wie viel Langeweile kann man denn eigentlich haben? Als ob du nichts zu tun hast. Du musst diese Hühnerfahrer machen, du musst eine Kuppel machen. Ja, ich bin grad dabei, irgendwo Fäden herzusuchen, aber ich weiß nicht wo. Unsere Häuser anzünden. Richtig geil. Warte mal, äh, ich brauch irgendwie Nacht. Oder ne Mine. Es wurde nicht Nacht gemacht. Ja, aber trotzdem brauch ich einen. Also, jetzt wird's auch in der Nähe Viecher jagen gehen. Ja, ich brauch, äh, weiß schon. Ja, ich auch. Ich bin auch, äh, fatal entfernt. Alter, jetzt sauer das wahrscheinlich Jahre, bis hier hochgeschwommen bin. Wer hat bei mir schon wieder Glas kaputt gemacht? Ich hab kein Glas mehr, um das andere zu reparieren. Ja, bei mir macht auch noch jemand. Das war ich, dies war nicht. Ich war's auch nicht. Scheiße, ich war's gar nicht. Das war jetzt reichend mir langsam. Ich hab's ja nur einmal bei... Jetzt kommt der Agro-Julian zum Vorschein. Kommt langsam wirklich der Agro-COG-Julian zum Vorschein. Also, mir reicht es langsam, wirklich. Ich hab nur einmal bei Flo Glasser stattdessen. Ein schönes Geräusch, hier ist überall brennen. Boah, Julian, Flo. Hast du bei mir auch angefangen, Julian? Wie du schon wieder meinen Namen sagen wolltest? Wer? Ja, der das wissen will. Heute geht's. Wie du schon wieder?